assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh und herzlich willkommen alle nicht muslime bösartige verlogene missionare behaupten dass der koran die trinität verwechsle und wollen damit sagen der koran kann ja gar nicht von allah vom allmächlichen gott sein denn gott müsste ja wissen wie die christen an die trinität glauben und sie benutzen dann gerne suche fünf vers 116 und sagen guck mal da mohammed hat den koran selber geschrieben und dachte die trinität bestehe aus vater sohn und maria und ihr müsst euch immer merken bei solchen vorwürfen bezüglich des koran bezüglich des islam lest euch genau durch was im koran steht und was in der sunnah steht und schaut euch genau an was für vorwürfe gemacht werden der vorwurf heißt hier der koran verwechselt die trinität der koran denkt dass die trinität aus vater sohn und maria besteht bestünde also müsste man jetzt erwarten dass in suche fünf vers 116 steht die trinität besteht aus vater sohn und maria das steht aber dort gar nicht in suche fünf vers 116 steht überhaupt nichts von trinität das wort trinität kommt nicht vor geschweige denn wird erwähnt aus welchen personen die trinität besteht in suche fünf vers 116 steht wo ist karlallahu ja isa maryam a anta kulta linnasi ittachidu ni wa ummiya ilahe ni min duni la wenn allah sagen wird sprechen wird damit ist am jüngsten tag gemeint ja isa maryam o isa jesus sohn der maria hast du zu den menschen gesagt nehmt mich und meine mutter zu zwei göttern neben allah theoretisch könnte hier könnte es keine trinität sein also aus drei personen aus fünf personen zehn personen zwanzig personen hier steht nichts von trinität hier steht etwas von ila nehmen zu ila nehmen was heißt ila auf arabisch ila heißt auf arabisch ma'bud das ist etwas was angebetet wird was gottesdienstlich verehrt wird hier steht nichts von trinität darauf sagt isa koala subhanak losgesagt seist du also allah von allen mängeln in kuntu kultu hu fakat alimte damit man nicht sagt weil das ist eine rhetorische frage von allah gewesen um den menschen zu zeigen am jüngsten tag hier isa er fragt isa damit die menschen es hören und isa sagt jetzt ma ya kunuli an akula ma leysali bihaq es geziemt sich mir nicht etwas zu sagen wozu ich kein recht habe in kuntu kultu hu fakat alimte hätte ich es gesagt würdest du es wissen ta'alamu ma finafsi wa la'alamu ma finafsik ich du weißt was in mir ist und ich weiß nicht was in dir ist innaka ente alamul gujub du bist wahrlich der wissende des verborgenen und er eben nicht das heißt hier gibt es eine lehre für die menschen am jüngsten tag das ist der geehrte prophet die anbetung die ihm und seiner mutter gewidmet wurde verneint negiert als nichtig an sie jetzt gehen wir zurück zu dem ersten satz hast du zu den menschen gesagt nehmt mich und meine mutter zu zwei göttern neben neben mir neben allah schauen wir uns das an wie das in großteil des christentums so ist man braucht nur einfach mal im internet marienverehrung einzugeben ich habe hier ein bericht vom planet wissen beispielsweise thema marienverehrung von sabine kaufmann nach christus selbst ist maria die zentrale figur die in der katholischen kirche verehrt wird man könnte auch sagen angebetet wird denn die anbetung die beschränkt sich im islam nicht nur darauf vor jemandem niederzufallen oder sich vor jemandem zu verbeugen sondern die dua das bittgebet ist auch eine anbetung der prophet alaihissalatum sagt in einem hadith in du'ahu al ibadah die dua ist eine ibadah so jetzt wird es weiter die gläubigen wandten sich zu allen zeiten an maria weil sie die menschen versteht die mata dolorosa so der glaube teilt die sorgen der menschen und trägt sie vor gott und christus und dieses laut islamischen verständnis ein typischer gottesdienst einen typischer polytheismus polytheismus ist nicht nur dass ich daran glaube dass es mehrere götter gibt oder einen mehrere schöpfer gibt sondern auch indem ich jemandem anbete und so gibt es auch muslime die beispielsweise bestimmte heilige für so verehren dass es schon zu einer gottesdienst und tat wird und dann haben sie diese heiligen zu göttern neben allah genommen hier zu den ältesten das geht weiter die marienverehrung begann sehr früh im hellenismus in der ersten jahrhundert nach christus wurde maria im griechischen kulturkreis als weibliche gottheit verehrt das ist der punkt dann die mutter gottes seit dem konzil von ephesus 431 nach christus hat maria eine habende besondere stellung im christentum seit diesem konzil wird maria als die mutter gottes verehrt denn maria war nicht mehr nur die christus gebären sondern die gottes gebären doch die damalige auseinandersetzung dreht sich letztlich um die rolle christi und seiner bedeutung als wahrer menschen wahrer gott dann von maria nie genug die verehrung marias war und ist grenzenlos noch heute kennt die katholische kirche über 30 marien gedenken und feiertage in allen lebenslagen wandten und wenden sich die menschen noch heute an maria sei es während naturkatastrophen bei krankheiten oder in jener anderen schwierigen lebenslage und dieses eine typische art von götzendienst im islamischen verständnis zeichen der dankbarkeit unseres glaubens sind die oft selbst gemalten votiv tafeln die an den wänden vieler wallfahrtskirchen hängen dank sei dir maria steht auf dem votiv tafel maria hat auf die bitten der gläubigen gehört und geholfen das ist eine typische art von anbetung von maria marienverehrung zwischen glaube und aberglaube den höhepunkt der marienverehrung markiert die barockfrömmigkeit zu beginn des 17 jahrhunderts maria ist die superheilige man erwartet von ihr wunder und jede erdenkliche hilfe typischer polytheismus im islamischen sinne ein siebenmal geweihter rosenkranz sei in der lage kranke zu heilen und jedes erdenkliche unheil abzuhalten so die vorstellung also hat ein großer teil des christentums nämlich die katholische kirche sich maria zu einer zu einem gott zu einem anbetungsobjekt neben dem einen allmächtigen gott genommen dabei spielt es gar keine rolle ob sie ein teil der trinität ist oder nicht die götzen dienen mekka haben daran geglaubt dass allah der schöpfer gott ist aber haben bestimmte götzen angebetet warum liukarribuna illallahi sulfa wie allah in surah 39 sagt damit sie uns allah näher bringen oder warum damit sie für sprecher für uns sind bei allah das ist das was der koran dazu sagt so dann lese ich euch mal hier ein ganz bekanntes maria gebet vor ja unter deinen schutz und firm fliehen wir o heilige gebären verschmähen nicht unsere gebet unsere nöten verschmähen nicht unser gebet in unsere nöte hier sondern erlöse uns jederzeit von allen gefahren oder glorreiche gebenedeite jungfrau das ist ein ganz bekanntes typisches mitgebet an maria was unter katholiken benutzt wird das heißt dass marianische antiphon unter deinen schutz und stürm so subtum präsidium auf lateinisch von daher wenn man keine ahnung vom islam hat soll man die leute nicht täuschen und man soll keine lügen erzählen im koran steht an keiner stelle dass maria ein teil der trinität ist subhanakallomu habihamdik shadu ala illa ilan das darfurukatuburik so